Hallo und herzlich willkommen bei Swagtab. Nach einer kleinen Ewigkeit wollen wir uns heute endlich mal wieder ein Tablet von Samsung anschauen. Das Galaxy Tab S7 und das Tab S7 Plus kamen ja schon letztes Jahr auf den Markt. Nun gibt es das Ganze allerdings auch noch als Fan Edition, also als Galaxy Tab S7 FE. Bei den Smartphones hat das ja schon relativ gut funktioniert. Mal schauen, wie sie das bei den Tablets hinbekommen haben. Highlights sind auf dem Papier ganz klar das 12,4 Zoll große Display, das hochwertige Gehäuse, die Lautsprecher, aber natürlich auch der S-Pen. Ich habe eins hier, seht ihr ja, das wollen wir heute erstmal zusammen auspacken und natürlich schauen, wie mein erster Eindruck ausfällt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Die Verpackung des Galaxy Tab S7 FE gefällt mir auf jeden Fall schon mal richtig gut. Wie gesagt, ich hatte jetzt schon länger kein Samsung Tablet mehr hier und das ist natürlich eine relativ einfach gehaltene Verpackung, aber hat irgendwie was. Auf der Vorderseite sehen wir das Tablet an sich abgebildet. UVP für dieses 5G Modell sind tatsächlich 649 Euro. Deutlich interessanter ist, glaube ich, für die meisten das WiFi Modell. Das bekommt man aktuell schon für etwa 535 Euro. Ja, wenn man jetzt mal nur die UVPs miteinander vergleicht, dann ist es natürlich interessanter als etwa ein Galaxy Tab S7 Plus, weil die UVP deutlich niedriger ist. Aber das ist ja jetzt schon nicht knapp ein Jahr, aber auf jeden Fall 19 Monate auf dem Markt und da konnten die Preise natürlich schon sinken. Und was ich eben so gesehen habe, das bekommt man mittlerweile schon natürlich auch in der WiFi-Version und dann mit der kleinsten Speicherversion, also mit 128 GB Speicher, was immer noch das Doppelte von dem hier ist, auch schon für um die 650 bis 700 Euro. Und da denke ich mir halt, hey, was ist das für eine Produktstrategie? Was ist das für eine Release-Strategie? Aber ja, es ist Samsung, also da können wir echt nur hoffen, dass die Preise hier sehr, sehr schnell sinken. Dann könnte es, glaube ich, interessant werden. Aber ansonsten würde ich aktuell jedem dazu raten, ein paar Euro mehr auszugeben und sich dann das Galaxy Tab S7 Plus zu holen. Wieso? Das werdet ihr im Laufe des Videos hören, wenn wir die Daten durchgehen. So, jetzt machen wir das Ganze auf und sehen dann oben aufliegen erstmal das Tablet an sich. Das schauen wir uns gleich natürlich noch genauer an. Was ich immer sehr, sehr cool finde bei Samsung, also das heißt immer, das war auch nicht immer so, aber in der jüngeren Vergangenheit, dass der S-Pen direkt mitgeliefert wird. Anders als etwa bei Apple, wo man den nochmal separat kaufen muss, also das muss man bei den Preisen immer mit einbeziehen. Das ist der S-Pen, hat sich jetzt nicht großartig verändert, seitdem ich das letzte Mal einen hier hatte, aber gefällt mir in dieser silbernen Farbe. Und ich mag den S-Pen, also zumindest den größeren, der bei den Samsung-Tablets mitgeliefert wird, generell sehr, sehr gerne, weil ich finde, dass er gut in der Hand liegt. So, dann haben wir hier einen Netzteil, ich bin mal gespannt, Adaptive Fast Charging mit maximal 15 Watt. Ja, das dürfte dann ein bisschen dauern, bis der Akku hier vollgeladen ist, nämlich 10.090 mAh. Das ist bei den Tablets ja aber leider relativ normal, also dass da immer noch vergleichsweise kleine Netzteile mitgeliefert werden. Dann hier ein SimiJack Tool und dann sollte hier auch noch etwas Papierzeug drin haben, das muss ich euch jetzt nicht zeigen. Das ist wieder das Übliche, also Safety & Warranty Information. Und hier, ja, ich habe es schon vermisst, ist dann auch noch das USB-Kabel drin. Es ist tatsächlich USB-A auf USB-C, also nicht mal USB-C auf USB-C. Keine Kopfhörer mit dabei, ziemlich magerer Lieferumfang, würde ich jetzt mal sagen, aber bei Samsung muss man mittlerweile ja schon froh sein, wenn ein Netzteil mitgeliefert wird. Das war es vom Unboxing. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das Tablet an sich genauer an. Das ist es, das Samsung Galaxy Tab S7 FE, noch in dieser Stoffummantelung, wie wir das von den Samsung Tablets kennen. Und wie bekomme ich das jetzt ab, ohne hier alles zerreißen zu müssen? Also anscheinend dann wirklich hier, ich dachte schon, ich kann da vorne ziehen, aber das ist dann wirklich wohl nur zum Rausholen. Wow, also das sitzt hier auf jeden Fall echt streng, aber sollte jetzt geschafft sein. Und dann haben wir hier das Tablet in seiner ganzen Pracht vor uns. Ja, starten wir mit den Abmessungen, die haben es durchaus in sich, 285 x 185 mm, es ist aber nur 6,3 mm dünn, wiegt 608 Gramm. Und ich muss sagen, für so ein 12,4 Zoll Tablet ist das echt ein angenehmer Formfaktor, also sehr, sehr dünn und auch vergleichsweise leicht. Also das finde ich schon mal gelungen. Das Besondere ist hier natürlich das Display, also 12,4 Zoll ist das gleiche wie beim Galaxy Tab S7 Plus. Und natürlich deutlich größer als beim normalen Galaxy Tab S7 und auch größer als bei den meisten anderen aktuellen Android Tablets. Also wer so große Displays möchte, das müsste auch, entweder ist es 16 zu 10 oder 16 zu 9, also ein ganz anderes Seitenverhältnis als bei den iPads. Wer das möchte, der muss halt hier im Prinzip, ja, zu einem der Galaxy Tab S7 greifen. Wir haben eine Auflösung von 2560 x 1600, also wirklich ordentliche 243 ppi. Das Einzige, was etwas schade ist, ist es kein OLED-Panel, es ist ein IPS-Panel. Das ist aber jetzt nicht so schlimm, weil das Galaxy Tab S7 beispielsweise hat ein hervorragendes IPS-Panel. Aber es hat halt leider nur 60 Hz, keine 90, keine 120 Hz, also zumindest 120 Hz hätte ich hier schon sehr, sehr gerne gesehen. Vor allem auch für diese UVP. Ja, ansonsten, die Displayränder gehen wirklich in Ordnung, ganz ähnlich wie bei den iPads zum Beispiel auch. Und ansonsten haben wir hier auf der Vorderseite nur noch eine 5 Megapixel Frontkamera, die, wie ich finde, hier genau perfekt platziert ist. Weil wenn ich damit Videokonferenzen etc. machen möchte, dann natürlich im Landscape-Mode und nicht im Patrie-Modus, wie das Apple bei den iPads vorsieht. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, es ist ein Unibody-Gehäuse, fühlt sich super hochwertig an. Auf der linken Seite finden wir den ersten Lautsprecher sowie ein erstes Mikrofon. Auf der Unterseite dann die Undock-Punkte für das Zubehör und auf der rechten Seite dann, je nachdem wie man es sieht, aber ich sage jetzt mal natürlich vom Landscape-Mode betrachtet, also rechts dann der USB-C-Port, USB-C 3.1, der zweite Lautsprecher, wie gesagt Stereo-Lautsprecher. Ich weiß, das Galaxy Tab S7 Plus hat ja sogar vier Stück, aber auch die hier sind tuned bei AKG. Mal abwarten, wie die klingen, ich denke, das sollte ganz ordentlich sein. Und auf der Oberseite haben wir dann noch den Einschub für die Micro SD-Karte. Also ihr könnt den standardmäßig 64 oder 128 GB großen Internenspeicher erweitern. Daneben ein weiteres Mikrofon, die laute Leisewippe sowie der Power-Button, wirkt beides wirklich sehr, sehr gut verarbeitet. Damit sind wir dann bei der Rückseite angelangt, bevor ich dazu komme, also zur Materialwahl und so weiter. Ein Kommentar noch, 64 GB Speicher ist meiner Meinung nach echt ein schlechter Scherz. Ja, ich weiß, Apple macht das auch noch beim iPad Air 4 zum Beispiel, aber da regt es mich genauso auf. Also jetzt nochmal, das Ding hier kostet 649 Euro, dann kann ich doch zumindest 128 GB Speicher bekommen. Klar, der kann erweitert werden, aber das ist meiner Meinung nach 2021 vor allem für den Preis einfach nicht mehr zeitgemäß. Was mir aber richtig gut gefällt, ist die Materialwahl, also das Gehäuse an sich. Ich habe da ja lange gesagt, Samsung kommt da direkt hinter Apple. Obwohl sie oft die gleichen Materialien hatten, fühlten sich die iPads einfach nochmal etwas hochwertiger an. Die Zeiten sind jetzt vorbei. Also das hat sich letztes Jahr, finde ich, schon geändert mit dem Tab S7 und das setzen sie jetzt wirklich konsequent fort. Also super, super hochwertig. Ja, ist halt ein Aluminium-Uni bei der Gehäuse, gefällt mir richtig gut. Es gibt zwei Farben, das hier ist Mystic Silver. Es gibt dann aber auch noch Mystic Black. Okay, ansonsten ist die Rückseite relativ unspektakulär, das AKG-Branding. Ansonsten haben wir hier noch eine 8 Megapixel Hauptkamera, da sollte man jetzt keine wundenden Dinge erwarten, aber finde ich für so ein Tablet auch absolut ausreichend. Wir haben einen 10.090 mAh starken Akku, das hatte ich ja eben schon erwähnt. Der sollte dann für richtig gute Laufzeiten sorgen. So, jetzt schalten wir das gute Stück ein. Ich bin mal gespannt, in welche Richtung, also in welchem Format die Boot-Animation. Ach, tatsächlich auch im Landscape-Mode. Also das finde ich echt gelungen, wie sie das hier so durchziehen. Samsung mit dem ganzen Layout im Landscape-Mode. Also, das Ding fährt hoch, ich gebe euch die restlichen technischen Daten durch. Plattform ist natürlich Android 11 mit Samsungs One UI. Als Prozessor kommt der Qualcomm Snapdragon 750G zum Einsatz, wenn ich das richtig gesehen habe, bei beiden Versionen, also sowohl beim 5G als auch beim 4G-Modell. Ist ein Octa-Con mit 2,2 GHz, ist ein absolut guter Prozessor, aber es ist halt kein Snapdragon 865, wie etwa beim Galaxy Tab S7+. Das sollte man klar im Hinterkopf behalten. Und auch die 4 GB RAM, die hier standardmäßig mit dabei sind, sind meiner Meinung nach für 649 Euro etwas zu wenig. Ja, ich glaube, ihr habt es schon rausgehört. Ich habe hier irgendwie ein bisschen gemischte Gefühle, was dieses Tablet angeht. Prinzipiell finde ich, ist es kein schlechtes Gesamtpaket, aber es ist halt irgendwie viel zu teuer im Vergleich zum Galaxy Tab S7+. Jetzt, klar, das ist schon ein paar Monate auf dem Markt, aber das ändert ja irgendwie nichts dran. Also ich kann hier nur hoffen, dass die Preise schnell sinken. Durch die 12,4 Zoll ist es aber natürlich sehr interessant, auch im Vergleich zu einem iPad Air 4 zum Beispiel, was ja deutlich kleiner ist. Also ich glaube einfach, dass es da draußen einige gibt, die ein noch größeres Display haben möchten, vielleicht auch im 16 zu 10, 16 zu 9 Format und nicht unbedingt die beste High-End-Hardware brauchen. Die dürften sich hier dann genau angesprochen fühlen, aber die werden dann halt keine Lust haben, 649 oder 549 Euro zu zahlen. Das denke zumindest ich. Ja, lasst mich wissen, was ihr vom Galaxy Tab S7 FE haltet und natürlich auch, ob ihr dazu ein Review sehen wollt oder irgendeinen Vergleich. Ich bin auf euer Feedback unten in den Kommentaren gespannt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.